Wir haben uns nach draußen verzogen. Bestes Wetter müssen wir ausnützen. Deswegen sind wir jetzt bei Michael Weber. Schön, Michael, dass wir zu WWW kommen dürfen. Was hat es mit WWW auf sich? Ja, WWW entsteht durch meinen Namen. Weber, also Webers Wiesen wunderbar. Hier beim schönsten Wetter, mitten auf der Wiesen, am ersten Sonntag, ist die Hölle los. Und bei uns gibt es super kalte Getränke. Einen schönen Gin & Tonic, ein Aperol Spritz, der heute der Renner ist. Und unsere spezielle, super Spezialität auf der Wiesen, frisch gemacht von mir, ein Erdbeerleim. Von dir frisch gemacht? Von mir frisch gemacht. Das sind pürierte Erdbeeren und ein bisschen Wodka und ein bisschen Geheimrezept. Und schmeckt super toll. Das ist ja grandios. Ein bisschen Geheimrezept. So unter uns zwei. Kannst du vielleicht da so ein, zwei Sachen sagen? Nicht alle? Also ich kann sagen, was reinkommt, aber ich darf dir nicht verraten, in welchem Verhältnis. Es kommt rein frische Erdbeeren, es kommt rein Wodka, es kommt rein frischer Zitronensaft, ein bisschen Zucker und das Letzte verrate ich nicht. Dann machen wir heute an Tag zwei den ersten Erdbeerleimers. Dann kann nichts mehr schief gehen, würde ich sagen. Ja, Prost! Zum Wohl!